Jo, was geht? Hier ist euer AMP-Member Ossinocht15 und wir haben am 14. August eine riesengroße Show mit Mini-Trampolinern auf dem 10-Meter-Turm und ich würde euch bitten, am 14. August so viele Zuschauer, wie es nur möglich ist, hier ins Freibad Fürstenfeld herzubekommen und wir brauchen auch noch Springer, die sich das trauen, so mutig sind und von da runter springen. Also bitte mich anschreiben und jetzt wird erstmal gesprungen hier im Freibad Fürstenfeld. Nicht vergessen, 14. August! Applaus